hallo liebe leute wieder da und es geht weiter mit der evo finn folge nummero wir haben auch mal jetzt wir fangen auf wo man das letzte mal aufgetragen und weiter geht's oder gibt's wieder bro bro stabe ja was 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 ich möchte jetzt immer ist es nicht mit der piste um zur hand kommt neben die fackel jetzt bei schloss naja wo sie sich so schaut's aus Noob Loot Loot No Loot Schaut Okay Weitere gehts Wenn man es duckt, ist alles viel leiser Ist gemütlich So, Gel Wir haben wieder Gel gefunden Jetzt haben wir schon wieder 1700 Gel I like Was gibt es da? Gar nichts Super, jetzt bin ich aus dem Haus Eine Falle Oh Gott Bro Stop it Bro Stop the Traps Scheiße Das ist so schwierig Er macht immer Wenn du einmal ganz kurz Wenn du einmal ganz kurz weh druckst Dann macht er zwei Schritte und dann läuft er rein Und Pfff I'm fucking pissed right now bitch Scheiße Machen wir das mit einem präziseren Schuss Das war ein Teil vom Kopf Und das war der ganze Kopf Und das war der ganze Kopf Herrlich Okay, zwei Schuss Sieh Kleine Pisser Mooney Loot Something Oh Gott Es sind überall fallen Das fack zu hot Da ist wieder Gel 700 Gel D Gel L L D Die W W Ist da weiter Ok Ganz vorsichtig Bro Geht doch Scheiße, wie noch muss man denn dazu Wie dass man das entschärft Okay So weit, so gut Ist das Enemy Ah, es ist irgendwas zum Drehen Gut Ah, kann man da irgendwas Aufheber, ah, da kann man es verbrennen Sieh Aha Aha Jetzt wird es nur Lebendikus Ihr kleinen Bastardos Was haben wir da Ah, vier Schuße, herrlich Oh Gott Komm Sesambrötchen, öffne dich Ich kann Spam ihn nicht Traumhaft Gut Boah, das hat mich jetzt geschreckt Bist du deppert Ein Kontrollpunkt, ja herrlich Schau mal Um was geht's Hallo Don't be that sneaky I don't like this Nice, Benny Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Zwei auf ein Fleck Gut so Das darf ich bloß nicht stören Okay da sagt es wie es ist. Oh, da sind vier. What the hell. Da zurück Mampfen. Ihr habt kein Problem damit. Oh scheiße, da ist noch einer. Komm. Mein Gott, da ist so viel Gestrüpp und Gemüse. Start dis. Ach du scheiße. Ah, da geht es weiter. Oh, awesome. Ich habe nicht in... Ah, shit. Geht es da nicht weiter? Oh Gott, die Kameraführung ist ein Mist. Auf jeden Fall. Ihr könnt es riskieren. Ist es da eine oder zwei? Boah. Oh na. Kommt es schoffen. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Das ist eine Lüge. Das ist eine gottverdannte Lüge. Sag es nicht. Okay. Du bist aber Traumau. Du bist so dead. Du bist so he. Aber du bist so im... Oh. See ya, bruh. Schlecht! Schlecht! Holy moly, holy moly. Scheiße. Nichts wie weg von hier. Ja. Warum? Warum? Warum bleibst du jetzt stehen? Warum tust du sowas? Das ist ein gottverdanntes Leben. Oh scheiße. Oh scheiße. Gottverdammt. Gottverdammt, du sagst das. Oh shit, bro. Sturiert. Oh scheiße. Nice. Dropkick. Und jetzt SS in Street Style. Und, und, und. Nice, bro. Ich lebe. Noch immer. Jetzt. Jetzt verpissen sie sie wieder. Ziemlich cool. Kapitel 2. Überlebt. Herrlich, oder? Herrlich. Herrlich. So. Jetzt haben wir schon ein guter Stunk gespielt. I like. Ah, gut. Nichts das Kapitel. Kapitel Nummer 3. Cool. Du kannst an zu Boden gegangenen Gegner vorbeischleichen. An zu Boden gegangenen Gegner vorbeischleichen. Okay. Von einem Blendbolzen-Grenner geben können wir in einem Schleicherangrafter aufgeschaltet werden. Das heißt, ich muss nur zugerinnen, mich ducken. Fertig. Du bist sicherlich? Was ist das? Wie viel steigt ist, was ist das? Sicher weh da, wenn er aufgekommen ist. Du bist glücklich? Du bist glücklich? Oh, ja, du kannst da drinnen. Oder was drin? Natürlich war nichts drin, weil ich mit meinem Loot lag. Kapitel 3, die Clown der Horde. Oh Gott, jetzt kommt der WoW auch noch ins Spiel, oder was? Oh Gott, Bro. Stilpasst. Was ist das? Stirb. Müsst mich verorschen. Okay. Ah, was? Ah. Da muss ich mal aufheben. Da war ich irgendwo irgendwas. Nur mehr? Er leg mich. Was soll ich jetzt überhaupt aufkommen? Okay. Ah. Der Tier. Der ist so einladend. Wollen wir mal. Hallo? Ich bin in einem Dorf. Oh Gott. Ist ja keine Gegner dabei. Scheiße. Richtig. Ich finde es so… Ich glaube mal, okay… Scheiße. Richtig. So, jetzt ist es Laufen, oder? Okay, vielleicht finde ich da ein bissel Ammonie oder so Zeit. Ja, ich komme hier eh schon. Angst. Nice. What the fuck? Warum ist es kurz so leise? Ich habe Angst. Ich habe sehr für Angst. Hallo? Miene? Better die weg. Awesome. Was ist das? Haufen Scheiße. Oh Gott, ich habe Schiss. Es ist so leise. Das macht mir eigentlich nur die Angst. Gehen wir mal nach oben? Ah, gehen wir nach oben, oder? Nein, das war ganz schön laut. Hallo? Keiner da. Okay. Das ist eine Mine. Das ist eine Falle. Ich habe wirklich gelangt. Ah. Gut. Ich werde dich aus dem... Ich werde dich nicht mehr gelangt. Das wird wieder leise. Ach, gel. Boah, halb 7000 gel leute. Oh, schess. Hallo? Ah, Streichhützer. Und der Dream. Bist du hier aufmachen? Ah, I remember you. Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Oh Gott. Das sehen Sie selber. Wo ist denn? Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Die sind hier einfach überall. Ich bin durch dieses Tor. Ja, super. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Natürlich. Nächstes Mal gibt es mehr. In Folge 5 wird es bald mehr geben. Von der Evil Wolf in mit mir, Dina Necke. Und Luca. Danke für... Oh Gott, ich muss mir mal ein Brüner, oder? Dankeschön fürs Reinschalten, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.